Ja Leute, da bin ich wieder. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum alles in Englisch ist. Es kam ja lange Zeit nichts mehr von mir, von Tony Hawk's Underground 2, auf jeden Fall. Es lag daran, ich hab mein Computer alles neu installiert und so weiter. Und das Spiel wollte ich installieren, aber hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt hab ich es irgendwie zum Laufen bekommen, aber es ist halt leider auf Englisch. Naja, das ist nicht so schlimm, oder? Und wir machen weiter mit dem Spiel. So. Hoffentlich ist das auch der richtige Speicherstand. So, jetzt... Nee. Okay, machen wir mal auf Pause. So, weiter geht's jetzt mit Tony Hawk's Underground 2. So, hoffentlich hört er mich jetzt so richtig. So, gut. Okay, sehen wir uns die Ziele an. Machen wir Inliner Rules. Also, ich übersetze euch das auch alles und so weiter. Beziehungsweise... Ja, hier ist das... Komm, jetzt steig ab. Steig ab. Ja, die Steuerung müsste auch irgendwie... Guck, ich jetzt, das funktioniert. Ah, jetzt... Okay, jetzt kapier ich die Steuerung. Höflich. Okay, da machen wir halt... Berlin, get owned. Auf Deutsch, Berlin, was geowned. Auf jeden Fall... Mussten wir halt aus den... Go-N... Go-N... Keine Ahnung, wie die Buchstaben hießen. Own-T-Formen. So. Ich muss mich irgendwie an die Steuerung gewinnen. So, jetzt aber, komm. So, das wäre dann das erste Inliner Rules-Schild. Und wir haben unsere... Ähm... Lip-Balance verbessert. Also unsere... Unsere... Invert- und Noster- und so weiter verbessert. Falls einem der Begriff Lip nicht zusagt. Und Tobacco-Maschine oder Tobacco... Das weiß ich. Das weiß ich. Heißt... Zigarettenautomat. Brauche ich ja nicht sagen. Wisst ihr wahrscheinlich, wenn ich nichts sage es hier halt. Euch halt. So, komm. Disper. Disper. Also... Zigarettenautomat auf Deutsch. Und... Das hieß jetzt... Gewürgen, dass ich das rauchen habe. So, erstmal die ganzen Dreck hier loswerden. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Weg damit. Weg damit. Headshot. 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 So. Dann... Wechseln wir zu... Hell yeah, time to shred it up. Der Majera. Und seine Profi-Goals, beziehungsweise Pro-Goals werden dann... Grinden-Brave. Das heißt auf Deutsch und auf Englisch gleich. Der allmächtige Kombo. Also All-A-Matey-Kombo. Leine den Watterspin. Die brennenden Hüte. Fokus... Fokus... Eigentlich heißt es ja... Touristen-Dinie... Blablabla... Eigentlich heißt es ja mit dem Kombo... Äh... mit Fokus... Lande drei, vier saubere Fokus-Kombos. Aber egal. Und wir speichern nicht. So, jetzt skaten wir mal ein bisschen... Okay, mit BAM. Und wir beginnen mit Grinden. Ach, ich muss mich lange gewinnen. So. Komm. Oh, macht der keinen... Achso, ja, ich drück ja falsch. Okay, das hat sich am... ...erscheinigen geändert. Noch mal. Na, hat sich... Ihr seid nur noch! Jetzt, nochmal... Jetzt, nochmal. Komm hier! Und, das war ein kleiner Bug. Gleich wie das Wasser... Ohne ... ... halt zum tiefen Grund, aber egal. So, komm! ich musste ein spätes schaden was macht mich auch zu kleiner pennen die er hat sich dafür ja wunderbar so kommen nach verdammt ja es ist die steuerung ja gut ab er hat es nicht gezählt warum auch immer so jetzt aber kommen da machen wir sein so es macht halt also aber jetzt da ja ja alle So, dann machen wir das mit den brennenden Hüten, so, der erste müsste hier drinnen sein, so ist es auch. Au, hot, it's burning! Ah, oh, oh, my head is on fire! Ah, ich schaffte mich, der sowieso nicht mehr. Ja, und, wo ist der da? Wo ist denn der? Ah, das war unfair, jetzt ist der auf einmal hier oben, das gilt das nicht. Naja, dann machen wir es halt nochmal. Zumal. Zumal schaffe ich ja das zu nehmen. Monster Run. Find me some water, or some beer, quickly! Ja, some beer. So, hier? Au, hot, it's burning! Oh, dear, bitte! Das ist, brennend, wir sind zu viel zu haben, wir sind gleich. Ja, der da war. Kommt, nein! Verdammt! So. Ja, hu, du! Dufte! Dufte! Die Übersetzung ist schon irgendwie geil. Ich mag den kleinen V-Man nicht, ich mag ganze Check-Ass Leute gar nicht. So, wo ist das, der Idiot? Ja, die sagen das gleiche eigentlich auch immer. So, wo ist das, der andere, ey? Jetzt ist der auf einmal hier. Ich hoffe, der ist schon wieder. Oh, mein Head ist on fire! Au! So, die Idiote. Die Österreicher werden, werden dich nie auslachen. Ne, Spaß. Aber... Da braucht man nicht gleich lachen. So, komm. Etta war. Super, super, perfekt. Eins. Zwei. 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 Nein. Ich hab's geschafft. Ey, ich hab's doch geschafft, verdammt. Fynnig, shit, ey. Dann halt, als nächstes Mal. Komm. So, super, in der Reihe. Perfekt. Also, eins. Mein Head ist on fire! Zwei. Mein Head ist on fire! Und vier zuletzt durch. Geschafft. Oh, fuck man! Die Brandenhöhte werden dann geschafft. So. Sehen wir mal kurz die Ziele an. Die allmachtige Kombo. 4.000 Punkte. Ja, da werden wir in der Kirche skaten. Beziehungsweise in der Kirchenruine. So, jetzt müssen wir aber... Ach, verdammt ey. Die Störung macht mich... Macht mir echt geschaffen. Aber... Naja... Irgendwie werde ich schon schaffen. Okay, das war viel zu wenig. Aber... Die Schaff. Aber gerade so. So, dann... Wie fremden wir erst die Geil... Äh... Schirm... 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 Beider ja das es zu setzen! Oh man... Eric Swiral hat gerade versucht einen 9000 ... Zu... Machen. Er hat dabei die ganze Polca Band... Umgehauen. Der... Tuba Spieler sieht gar nicht gut aus. Wir brauchen dich zurück. So ungefähr mad. Sieht das auf Deutsch aus! So, jetzt wird rein wir noch die keeper. Das ist zwar und nur ein Ziel das man mit Inside Skater machen kann. aber naja und der fluch wäre dann gebrochen auf englisch und auf deutsch der fluch wäre dann gebrochen so raus aus der kirche ich hoffe ich mache das Echt nicht so gut das machen ich glaube dass die Touristen die nicht zu gehen so jetzt ja nein die Proffin Linie also die Proffin Linie auch so auf deutschland auf dem Feld der hat noch keine Statsdates nähh echt sauer geschafft so was hätten wir dann sonst noch für schöne Ziele lerne den Netto Spin das können wir noch machen und dann beende ich den Part und versuche dann die Störungen zu ändern jetzt geht der Netto Spin genau gleich also das steht zwar wir müssen mit so einem komischen Hippie reden aber naja es funktioniert auch so wir müssen einfach drei Netto Spins irgendwo machen da wir jetzt gerade von Pfosten stehen machen wir das auch gleich so okay es funktioniert leider nicht so oder? komm ja so wird es sowieso nicht funktionieren wenn ich mich auf Brighton drücke okay es funktioniert gleich und der letzte hier komm komm ah jetzt hat es nicht gezählt aber jetzt so da beende ich diesen Part ich hoffe ihr seid mit der englischen Sprache und meiner Übersetzung zufrieden wenn nicht könnt ihr auch jemanden anderen ansehen aber ich hoffe es passt euch ähm das mit der Steuerung tut mir leid also naja akzeptiert das bitte bis zum nächsten Mal tschüss Leute bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal